Ja, Mensch. Du meinst für ein jämmerlicher weißer Hai. Ich hab ihn betäubt. Ist du ein anderer Heiter als ich? Ja. Auch recht. Komm doch her. Der ist voll feige. Er schwimmt weg. Der ist schneller als ich. Muss meine Waffe wegkriegen. Komm her. Nein. Jetzt ist er ganz abgehauen. Die kann man gar nicht ausschlachten. Die verschwinden einfach. Boah. Hallo. Ja, dann gehen wir wieder in den Land. Und suchen wir uns schnell irgendwie andere Viecher. Am besten gehen wir schon wieder zur 2 hin. Einfach weil da ist unser Lager. Das gibt es unter Wasser. Die Modes. Na egal. Das ist mir egal. So, wir müssen da lagen. Ich tauche auf und gucke mir dabei unter den Rock. Herrlich. Entschuldigung. Ach, das ist okay, Nico. Wir kennen dich doch nur so. Was? Da hinten ist irgendwas Großes. Hat das die Musik angekündigt? Ich höre nichts. Ich hatte den Ton sehr leise. Es brüllt mich an. Oh, ähm. Oh mein Gott. Es kommt näher. Nico. Ja, ich bin doch jetzt erst da. Nico, hilf mir. Es macht eine Rolle. Das sieht aber blöse aus. Doofes. Oh mein Gott. Es macht mich glatt. Oh Gott. Nico. Nico, wo bist du denn? Ich schwimm doch. Ich schwimmst du in der Seitlage. Dein Charakter eigentlich auch? Ich habe andere Sorgen. Oh mein Gott. Nico, du hilf mir doch mal. Oh, jetzt ist Musik da. Entweder heißt, dass du bist gleich tot oder jetzt ist was los. Nico. Ich bin da. Ich bin hier reden. Mehr helfen. Die Rolle des Todes. Sie ist zurück. Okay, leck ihn mal ab. Ich brauche, glaube ich, Kräuter. Wobei, nein. Ich nehme erst mal meinen Halb. Oh mein Gott. Das ist wahrscheinlich dieses Katzenzeug. Oh mein Gott. Ja, das ist der Eis. Ah, jetzt gleich mal die Rolle. Die Rolle, die Rolle, die Rolle. Wollte ich ihn wirklich töten sollen? Ich weiß es nicht. Wir sollten uns das nur einfach weglaufen. Niemals. Au. Okay, es reicht mir. Ich hau ab. Ah. Du Feigler. Du Feigler. Ausdauer zu Ende. Ich muss was essen. Ah. Herrliche Rentenanimation. Nein, die Katzen. Ich muss irgendwas essen. Ich muss was für Ausdauer. Ration. Ration. Funktioniert dann. Ja. Wo bist du denn? Ich bin ja. Vorsicht, die Katzen. Was bin ich die Katzen? Die Klauen. Was? Die Klauen. Die? Oh Gott. Die briechst ja rum. Nein, das war der Geh. Die doch tot. Null die tot. Lauf. Null die tot. Okay, schnell zu zwei. Zwei? Ja, ich weiß gar nicht, wo die zwei ist. Ja, einfach geradeaus. Da vorne sind normale Gegner. Tut. Die greifen jetzt auch mal wirklich an. Dass sie den Grillspieß nicht dabei ist, das ist ja skandalös. Sie haben nur noch ein paar Minuten, das ist ja klar, oder? Ja, aber trotzdem. Naja, wollen wir ja alle dich? Ich bin doch viel leckerer, ich hab blaue Haare. Ach, jetzt kommen sie. Wenn man nur so ein kleines Schwert hat, wie ich jetzt, dann ist das auch verhältnismäßig schnell, wie sie zuschlägt. Ja. Dass das verhältnismäßig schnell ist, ist ziemlich schnell. Macht halt nur nicht so viel Schaden. Also diese dicken Waffen, das ist halt immer so eine Sache, wenn du weißt. Hilfe. Du schlägst zu und du weißt beim Zuschlagen schon, scheiße. Oh, das warst du. So. Haben die was? Nein, es gibt noch. Ja, die Haut. Ja, die Haut. Ja, die Haut. Ja, die Schuppe. Ich glaube, bei den Wassermonstern waren wir gar nicht so schlecht. Ja, die sind ja so zwei, da waren ja viele davon. Ja. Aber sie ist sowieso alles verloren. Es ist vorbei. Oh mein Gott, sie sind weg. Ich sag mir, es ist aus Forst ein Pilz. Einmaliger Pilz. So. Ja. Das war doch mal wieder letztes Fail, so für sich. Ach, wieso. Ah. Ich hasse euch. Ihr mögt pflanzen. Ich nicht. Sie müssen sterben. Die haben aber auch keine, die noch ein. Was? Doch. Die? Ja, ich glaube schon. Wir haben noch nicht lange genug gesucht. Wir haben noch einfach aufgegeben. Okay. Ich krieg nur mit ihnen aus. Noch mit. Meine Güte. Ach, nicht den hier. Großfleisch. Großfleisch. Monsterknochen. Monsterknochen. Großfleisch. Ende. Großfleisch. Ich glaube, wir waren bei den Linken, das ist echt nicht schlecht. Ja. Ups. Ui. Wurde hin? Ich weiß es nicht. Ich lade auf, aber ich wollte gar nicht. Ich kann jetzt die andere, keine Ausweich machen. Hör auf. So, die Kleinen waren auch unnütz. Ich hasse Zeitlimit. Wir müssen wieder runden. Hey, Nico, spielen wir gerade ein M-E-WO? Ja. Das kommt mir irgendwie so vor. Ja, ihr interessiert mich nicht. Aber wir sind so hübsch. Nein. Los, Kito, Nico. Ich komme mir nicht her. Also, wenn wir ein 50.000 Kilo Schwert heben können, aber hier sich mit so einer kleinen Klippe abquellen. Ja. Juhu. Irgendwie unlogisch, aber egal. No. Was ist? Quasi mit dem Eintauchen war die Zeit vorbei. Das ist Quest nicht erfüllt. Ja. Quest net riff. Kline, Questnerv. Ja. Das war doch mal. Ja,jägerrang 1. Ja, wir werden. Wir werden lernen. Wir werden lernen, es besser zu machen. Wir werden bestimmt nochmal ein Video hier zu machen, wenn wir was können. Ja, auf jeden Fall. Aber das war jetzt erstmal nur ein Ersteindruck. Ich glaube, wir betiteln das einfach alles an Ausgepackt und dann machen wir nochmal ein echtes Bomben von der Rahmen mit ein paar Laufen mehr. Ausgepackt heißt ja, wir haben keinen Hahn. So, bevor du das Ganze beendest, musst du jetzt noch grillen. Da stehe ich drauf. Da oben war die Box. Moment. Ist hier nicht drin. Du bist so ein... Ach, Schützen, Leute. Dunkenstein, Blaupilz, Yagi, Unreifer Schwimm, Knochen. Was? Hier gibt es es nicht. Stein. Erdkristall. Mega Käfernetz. Nö. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Habe ich das doch mit? Aber hier kann ich eh nicht grillen. Beenden wir es doch jetzt einfach, verdammt. Nein, ich wollte es denn nur... Hier, einmal arm drücken. Warum ist das Respeak? Ist hier jemand? Nein, hast du Respeak an? Weiß ich nicht. Komm her. Und damit beenden wir dieses... Oh, Moment. Das war zu früh. Das war zu früh. Ah, gut, okay. Beenden wir es. Ja! Dummes Spiel! Beenden wir es. Ausgepackt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Burschweiler. Damit ein bisschen mehr Monster Hunter Action. Ich hasse dich nicht. Okay. Ich weiß genau, was ich dazu sagen habe. Der Buss! Der Buss kommt zum Ende. Der Buss! Der Buss! Der Buss! Ah, das ist toll. Und da ist dieser Buss! Was macht der Buss!